Hallo zusammen, I Zocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, Rösser Wunterkrieger anzunehmen bei Gebirgsjäger Valbang im Nohmoudan an dieser Stelle. Vor Quest müsste gewesen sein, Verteidigung der Länder des Königs. Nun geht es hier hinaus, gehe gleich links hoch diesen Pfad entlang und wir müssen insgesamt 16 Gegner töten. Ich werde zeigen wo diese Gegner zu finden sind, ein paar töten und dann eine Unterbrechung machen, weil es kann schon ein bisschen dauern bis ich alle Mobs zusammen habe. Und sobald ich auf 7 von 7 bin oder 7 von 8 jeweils, werde ich mich wieder bei euch melden und dann zeige ich euch wie es weitergeht. Da habe ich ein bisschen Speicherplatz und Hochladezeit. Jetzt sind hier Gegner im Weg und zwar müssen wir hier in diese Höhle hineinlaufen. Hier war auch die Map und da müssten die Gegner zu finden sein, was wir benötigen. Es sei denn ein anderer Spieler hat sie vor uns getötet. Mal schauen. Ich laufe mal einfach tiefer hinein. Schaut mal, da haben wir schon einen Schamanen. Umhauen. Da ist nichts mehr. Und wie es aussieht, muss ich sowieso auf Riss von warten. Das werde ich auch nicht im Video machen. Hier ist noch ein Schamane. Okay, es sind viele Schamanen hier. Aber hier sind auch diese gesuchten Knochenknacker. Brauchen wir auch 8 Stück. Seht ihr, da ist ein anderes Spiel auf dem Camp gerade. Na, ein bisschen noch. War nicht in Sicht gerade. Hier haben wir, was haben wir hier? Noch einen Schamanen. Also, ihr seht, diese Mops sind in dieser Höhle zu finden. Hier unten haben wir noch Knochenknacker. Können wir auch machen. Schamanen nachgespawnt. Gut, ich werde jetzt die kurze Unterwechung machen und melde mich gleich wieder bei euch. Bis gleich. Da bin ich wieder. Wie ihr seht, die Schamanen sind schon abgehackt. Lacht daran, dass es wesentlich mehr Schamanen gab als Knochenknacker irgendwie. Und ich wollte sie nicht töten, aber die waren im Weg. Das heißt, die haben mich angegriffen. Da habe ich sie halt erledigt. Und die Quest ist bereit zur Abgabe. Wunderbar. Jetzt zeige ich euch auch noch, wo man das erledigt. Weg ist ganz einfach gehalten. Einfach diesen Pfad entlang laufen. Ihr seht, hier ist er ein bisschen zertrampelt. Und dann hier diesen Hügel hoch. Dann tue mal abkürzen. Vorsicht, könnte gefährlich sein. Sollte irgendwann mal Katar, äh, Haftmut erscheinen. Könnte es sein, dass ihr da stirbt und es ist erwergerlich. Quest ist abzugeben bei Gebirgsjäger Barbank. Im Loch Maudan, an dieser Stelle, im Bunker Dwin. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonniertknopf ein. Und in den Kommentaren gibt es noch den Link zu meinem Twitch-Kanal. Könnt ihr gerne vorbeischauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.